Wisst ihr was? Ich nehm euch jetzt mit. Kommt mal mit! Es geht ins Allerheiligste der wilden Mathilde. Nämlich die Patisserie! Sie schmatzen und schmatzen, dann holen sie sich an. Oh yeah! Noch Butter kriegt heute und wie wünschte ich an. Oh yeah! Wie wär's denn mit einer Torte im Glas? Wir haben unsere Klassiker, die Schwarzwälder Kirschtorte, den Frankfurter Kranz oder auch noch was ganz Neues, das vegane Tierbecher.